Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unravel, dem süßesten Garn der Welt. Es gab mir jetzt zwei Tage keine Folge, es tut mir leid. Ja, seid nicht bedingt. Okay, jedenfalls, wir wollten uns das hier nochmal angucken, was wir das letzte Mal bei diesem Entgleisungslevel da entgleist. Man kann sich ein Leben lang fragen, was am Ende des Weges liegt. Oder man kann es selbst herausfinden. Es tut weh, jemanden gehen zu lassen, aber manchmal ist es notwendig. Okay, ich dachte die haben da... achso. Heißt das, die beiden haben sich da jetzt doch irgendwie in einen Baum erstmal geschnitzt, dass die beiden, und dann haben sie noch am Zug, äh, hier am Zuggleis diese, diese, äh, Schlösser reingemacht. Hm. Ne, oder doch nicht. Ich weiß es nicht. Es klingt halt danach, als wäre vielleicht die Freundin oder, ja, weggegangen. D und K. Mhm. Okay. Und da kommt der Zug. Na, wieder mit dem kleinen gehäkelten Garn, Garn, äh, hier ringen, oder? Unendlich-Zeichen, ne? Nein, das sieht mir immer aus wie ein Unendlich-Zeichen, oder? Hm. So. Hä? Das war's schon. Ähm. Ich habe halt das Gefühl, bei dem Bild sagt es mir jetzt, okay, wahrscheinlich ist er mit dem Zug davon gefahren. Hm. Bin ich mal gespannt. Wie sich die Geschichte neu entwickelt. Beziehungsweise, was hat es jetzt mit dem Ganzen auf sich? Wir wissen ja im Moment eigentlich noch sehr, sehr wenig. Ähm, zu allem im Endeffekt, was jetzt hier vor sich geht. Achso, da waren wir. Ähm. Oh. Wupp. Mhm, das haben wir. Drei, ähm, Dinger haben wir nur gefunden. Unten im Loch. Mhm. Scheint aber wieder etwas heller zu werden. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht für YouTube. Das sieht doch auch schön aus. Oh. Oh. So viel zum Thema, es sieht ja schön aus. Okay. Ähm. Wenn es wieder so eine große, eklige Spinne. Okay. Achso, da kann ich einfach beilaufen. Okay. Natürlich fällt um. So. Kann ich den Stein mitnehmen? Ja, hoppala. Okay. Ähm. Okay, also wir, wir haben jetzt im Endeffekt die Ruhe des Waldes und der Natur haben wir jetzt verlassen. Und alles, was ich jetzt hier, was wir jetzt hier sehen. Oh, muss ich gar nicht. Okay. Ähm. Wir sehen jetzt praktisch, was... Nicht mehr, nicht mehr so die Schöne, die Ruhe, sondern jetzt wirklich hier... Wie, es wird... Gefühlt immer trauriger. Ich... Weiß nicht. Ja, auch sich so ein bisschen umschlingt, weil es kalt ist. Und... Okay, was sind wir hier? Schleifen die da gerade jemanden weg? Ist der tot? Ist das Polizei oder... Warum... Warum zoomst du nicht mehr raus? Zoom raus. Natürlich. Also ich denke, es war irgendwie... Aufsicht oder irgendwas. Keine Ahnung. So, wir hier. Komm ich da. Kann ich da nicht hoch? Wir müssen irgendwie... Achso, wir haben auch kaum... Kaum... Ah, okay. Nein, nicht mit. So, einmal da hin. Hup. Hoppa. Und... Da... Komm ich da hoch? Nein. Okay. Äh, sonst mit nichts. Das war wohl nichts. Hup. Kann ich da eigentlich hochklettern? Nein. Da hinten ist noch was. Guck mal. Oh, ich glaube, wir müssen erstmal hier vielleicht das Garn holen. Ah. Ich bin doof. Jetzt hier festmachen. Und dann hier festmachen. Dann soll das ja gehen, ne? Ja. Okay. Okay. Noch noch ein bisschen Garn wenigstens. Gucken wir mal, was hier ist. Ups. Dann... Sieht mir so aus, als wäre hier noch irgendwas. Ich will nicht ins Ungewisse springen. Ich mach's mal. Okay. Gut, da ist nix. Dann weiß ich nicht, warum das hier ist. Hm. Vielleicht soll ich es nur verwirren. Ah. Okay. Okay. Nicht, nicht irgendwie festhaken. Aua. No. Es sieht auch irgendwie trauriger und mitgenommener aus, wenn man so anguckt, ne? So von den Augen her. Hm. Hm. Ich weiß halt wirklich gar nicht, wie sich dieses Spiels noch entwickelt. Nein. Okay, wir haben keinen Garn mehr. Wir haben irgendwo Garn übersehen. Frage ist nur, wo? Ah, jetzt muss ich gerade Nase kribbeltsch, nicht niesen. So. Okay. Nase kribbeltsch nicht mehr. Alter, aber auch das Wetter, ne? So, jetzt nochmal hier. Okay, das ist anscheinend chemischer Abfall. Ich weiß nicht, ob es radioaktiv ist oder chemisch. Auf jeden Fall nicht gut. Und wir nehmen gleich erstmal so eine Flasche mit. Ups. Müssen wir schieben. Äh. Okay. Was das auch immer ist, was sie da ablagern. Wir können es uns leider nicht näher angucken. Rutscht doch gleich zurück, oder? Ne. So. Das war mir so klar. Wir sind erst hochklettern. Irgendwie. Wenn ich keine Ahnung habe, wie wir das machen wollen. So, warte mal. Einmal das wieder hoch. Festmachen. Nein. Du bleibst da oben. Nein. Ah. Bleib. Festmachen. Lalalalalala. Lalalala. So. Okay. So. Aha. Aha. Okay. Gut. Jetzt kommt noch ein zweites. Oh oh. Oh oh. Ähm. Okay. Mit dem zweiten habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh. Soll ich das schaffen, wenn das erste des Dingens hier mitnimmt? Oder kann ich das vielleicht auch vorher runterziehen? Nee, runterziehen kann ich glaube ich nicht. Hm. Kann ich auch nicht mitnehmen, die Steine. Kann ich hier wirklich nicht. Ziehen oder so? Nee. Natürlich, dann geht es schon mal gar nicht. Probieren wir nochmal. Ups. Probieren wir nochmal die Richtung. Upa. Oh. Ja, komm. Nee. Okay, dann ähm. Problem ist, der erste wird hier dieses Ding mitreißen. Ich weiß nur nicht wie. Ah, jetzt sind die Steine weg. Ah, okay. Jetzt sind hier die steinigsten weg und dann, äh, ha. Okay. So geht es natürlich auch. Einmal Gang nachwickeln. Oh, der arme Wald. Ich glaube, der kann es nicht berühren. Sag ich doch. Ich wollte drüber springen, aber er ist nicht gesprungen. Ah, du sollst springen, Mensch. Okay, nochmal. Wir schaffen das irgendwann. Der rutscht immer das letzte Stück ab und springt nicht. Okay. Machen wir jetzt nochmal langsam. Wir müssen einmal hier ganz kurz... Oh, nein, 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 nein. Ich wusste nicht, dass... Das Ding sofort losgeht, wenn ich es berühre. Oh. Da oben wäre was gewesen. Na gut, wir haben es auch so geschafft. So. So, dann nehmen wir einmal hier die... hochgiftige Flasche mit. Münzchen. Okay. Ich glaube, wir brauchen die Flasche einfach nur, um hochzukommen, ne? Hup. Okay. Dann müssen wir einmal ein Brückchen basteln. Na, komm. So. Hoppa. Äh, kann ich hier... Okay, so. Erstmal kurz gucken, was haben wir hier? Okay, warte, wir müssen... Wir müssen darüber schwingen. Hup. Okay. Ähm, können wir hier einfach... Runter? Nee. Okay, dann wahrscheinlich so. Okay. Mhm. Ähm. Okay, hier das Ding müssen wir wahrscheinlich mitnehmen. Sonst wäre hier keine Brücke. Also keine baubare Brücke. Wobei... Können wir da einfach durch? Nee. Das wäre es nämlich jetzt gewesen, wenn wir da einfach durchlaufen könnten. So. Einmal mitnehmen. Wir müssen die Giftflasche da... Die Giftflasche da... Äh, 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 äh. Oh, Leute, wir haben viel... Okay, warte mal. Wir müssen die Flasche dann wahrscheinlich später als Brot nehmen. Das heißt, wir müssen erstmal hier hin. Sollten wir da hoch irgendwie kommen, denke ich. Weil das Problem ist, wir können uns ja nicht darüber hangeln. Wir müssen da hoch. Aber wie? So nicht. So definitiv nicht. Merkt euch das. Ach, die Flasche bleibt ja da. Stimmt's, Vater. Ich kann's probieren. Das war klar. Ich will nicht gerade, aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Jetzt zieht die Flasche. Oh, 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 oh. Zieh dich doch hoch, Mensch. So. Okay, ansonsten machen wir es wirklich so, dass wir es erstmal da unten reinschmeißen. Ich glaube nur, dass es doof ist. Ich weiß nicht, ob das so muss. Aber es kann sein, dass es so muss. Natürlich. Natürlich. Anscheinend muss es so, weil sonst wäre es wieder oben. Oh, 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 oh. Gut. Ciao. Okay, ich habe noch Angst, dass wir gleich... Ich weiß nicht, was passieren wird. Okay, warte. Okay, genau das wusste ich jetzt. Warte. Ah. Es ist doch jetzt echt nicht wahr Achso Wir leben noch Warum leben wir noch? Das hätte ich nicht gedacht Okay, irgendwie müssen wir da hochkommen Ich denke, wir müssen schwingen Uah, uah, nein, warum? Warum geht der immer weiter runter manchmal? Und wir sind noch oben Ach man Ist doch doof, warum Warum macht der sowas? Er klärt immer beim schwingen Manchmal weiter runter Ich weiß nicht, ob es an der Kontrollsteuerung von mir liegt Ob ich so bin Hm, okay Hüp Hüp Da Hüp Da Okay, ähm Machen wir folgendes Wir speichern mal kurz Okay Sonst mit nichts Kann ich da hoch? Nein Ah, ha So, okay Gut Haben wir das noch? Das lag so offensichtlich da Das wollte ich unbedingt haben Hup Nein Ist das gewollt? Scheint mir nicht ganz gewollt Okay, da komme ich nicht lang Okay Jetzt haben wir uns einmal hier festgewickelt Das ist auch super Okay Oh, oh Hält das jetzt? Muss es scheinen zu halten Okay Okay, wir haben hier noch so ein Steinchen Kriegen wir eh nicht mit Okay Das scheint jetzt auch wieder zu halten Äh, okay Okay Okay, da vorne ist nochmal hier Speicherpünchen Wie kommen wir jetzt hier darüber? Achso Was? 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 Ähm Okay Wir müssen anscheinend auf dem Zeug Wie nach vorne reiten Kann das sein? So Okay Wenn wir jetzt hier irgendwie Es kommt doch gleich hier das große Ding wieder Warum kann ich da nicht drüber? Ui Juppa Okay Gut So geht's auch? Okay Ähm Okay Gut Dann Ähm Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Weil ich sehe gerade, wir sind wieder am Ende der Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen Dass wir uns vielleicht beim nächsten Mal wiedersehen Und dann vielleicht nicht von einem Riesenstein erschlagen werden Bis dahin Auf Wiedersehen Noch einen schönen Tag Und Äh, ja Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020